Wenn wir rauf gefahren sind, soll es auch runter gehen. 40 Sekunden Doppelstauern. Hat es Ihnen gefallen? Sehr. Das freut mich. Wir vermitteln uns sehr guter Sicht. Wir haben zur Zeit 50 Kilometer Fernsicht. Wenn es am Tage ganz klar und trocken ist, dann bis zu 80 Kilometer. Weil es schon ist, wird dann ein bisschen viel spremative. Letzte Gebäude, die Sie an solchen Tagen von Jusser Kenten sind, wie das Tropical Island. Luftlinie etwa 70 Kilometer Entfernung. Ladies and Gentlemen, the speed going down is the same as going up. The time for the trip is 40 seconds. I hope you enjoyed your stay. The view in the time is nice. You can see 50 Kilometer. And the clear days, you can see 80 Kilometer. This is excellent. Wir sind schon wieder unten. Sie benötigen wir die Reiterskarte. Gehen mit diesen nach links zum Drehkreuz und scannen Sie sich noch einmal aus. The Axe to the left. Please go to the left and take the ticket for the scan out. Thank you very much. Enjoy your stay. Have a good time. Vielen Dank, Spanien, dass Sie da waren. Es ist eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass Sie mit einem schönen Abend. Danke sehr. Tschüss. 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 Vielen Dank.